Sooo! Oh und Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! TF-Pro! Ja und einmal muss es immer kommen. Tja, machen wir nicht. Und so, unser Taupsi kann jetzt lieben. Los Taupsi, wuuu! Gleich fängst du an zu weinen, die ganze Zeit. Ja, oder wenn es jetzt einfach nicht fliegt, weil es zu klein ist. Oh, sehr schön, geht zu schnell. Ah, vertan, nein! Taupsi-Forn! Oh, wir sind weg! Aha! Ja, wir wollen Tune. Dann musst du nur beweisen, dass du stark genug für unsere Organisation bist. Hast du alle gesagt? Ah, tja! Babam! Gut, dann hältst du jetzt von mir eine Uni vor. Und dann gibt es mir schon sofort den ersten Auftrag. Oh, Richard! Wir müssen ein geflogenes Pokémon anfangen. Es dreht sich hier irgendwo in der Siegelstraße herum. Oh, warte! Komm, warte! 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 Das ist kein Problem. Wir haben hier erstklassige Orden, die wären dem Wächter bestimmt gefallen. Oh, oh, oh! Es müsste gleich wieder eine Lieferung kommen. Du hast das Gary auch gemacht. Oh, da ist er ja. Ja, hey, gib mir mal fünf Orden, damit sie in die Siegelstraße kann. Das ist Silber, ne? Hm, kann sein, ja. Nein, das ist nichts. Hey, kenne ich dich nicht irgendwo her. Hey, warte ich dich nicht irgendwo her. Du, doch, du warst auch in dem Pokémon-Tower. Hey, du kennst Pokémon-Tower. Sorry, wegen den Liebstahl. Ich hoffe, du verzeihst mir jetzt, wo wir ein Team sind. Oh, oh, oh! Oh, ooo, oh! Oh, oh, oh! Entspannt! Hier, deine Uniform! Joooooo! Heftig! Und nur auf die Siegelstraße! Wir sind wirklich Schwach. Ja, stimmt, Mann. Ah, Typ Cock. Oh, Typ Cock. Na? Wie viele Orden hast du? Oh, okay, pass auf! So, du kommst mal mit dem Brot. Nein, du kommst noch! Oh, du kannst aber Louzo schwach! Ich hab jetzt auch mal allein! Ich bin jetzt irgendwo durch! Tut mir leid, war nur ein Scherz. Du brauchst nicht gleich ausritten. Bitte sehr, geh durch. Einfach mal. Oh, Höhle, das ist gut. Wieso? Naja, bis wir es sind. Oh, verdammt. Ibu. Warum kommt dein Nachbar an? Das ist ruhig mit Dollarsitz. Ja, Pierre, warum haben wir kein Dollarsitz? Ja, fragt man ja auch schon die Witz. Warum gibt die mir auch nicht so was in die Hand? Ihr wisst doch, dass das schief geht. Meinten wir nicht irgendwo Attacken noch? Nachhinein. Mütterweise, ja. Mütterweise, nein. Oh, Moffler. Es ist ja viel zu einfach gewesen wie doch... Das haben wir mächtig mit Bonnerschau gehört. Den haben wir viel öfter als Donnerblitz. Wir haben viel öfter einen. Scheiße, das hat nichts gebracht. Kann man nach unten hier weg? Uuuuh. Niggas, der sieht da gerade in seinen eigenen Scheintitten so. Yeah. Versucht Milchroß zu pressen. Aber es ist ein Kerl also. Aber wie hieß er nochmal? Was für Dinge angesprochen? Ne, das sind Bandenswüge Steine drauf. Ja, da gab es so einen Kandidaten mit dem Motiviertel oder so. Tiffan, Mufan. Ne, Amut, Amut, Amit. Ne, das war noch der Ami. Der Tittenmeister. Boah. Alter Meister. Hm. Weiter auf Englisch. Alter. Das sind so Sachen, wo man einfach nicht nachdenken will. Das ist aber wieder zu spät. Und ja. Die richtige Zeit für Dragon Ball. Ich weiß, aber die werden ja abgespeichert. Bist du sicher? Ja. Im Normalfall ja. Bei anderen Spielen. Aber ich konnte das anders glaube ich gar nicht, oder? Doch, doch. Na, ich konnte trennen ja gar nicht. Okay. Na gut, na gut, der Kleine. Der Kleine was? Weiß ich nicht. Mir fällt gerade nichts an, was uns auf eurem Niveau wäre. Schutz wird nicht mehr vor. Verlässt keine mehr. Na gut, wenn wir Schutz aktivieren. Ja. Schieb nicht wieder den Steinbau hin. Warum nicht? Weil das falsch ist. Und was? Das heißt den hier oben zuerst? Ja. Nein, nein. Wieder in seiner Achtung. Jetzt den nach unten. Ah, das macht voll Sinn. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Dann bist du auch eigentlich schon. Oh, wir haben noch Gesandermachen auf. Wie kannst du gleich auf Tour-Druck machen? Der ist einfach alles drin. Wie kannst du auf Tour-Druck machen? Ja, stellst du dir schon vor. So wie Tangela in Dings. Smog machen. Smog. Wieso? 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 Vielleicht, ne? Man kann nicht sprinten. Das Rick bringt ein bisschen auf. Kann man weg? Nein. Das ist dann so wie in der Arena. In der Arena kann man auch sprinten. Ich glaube, alles liegt dann im Outfit. Man kann halt im Team Rocket Outfit nicht sprinten. Das ist ja auch unmöglich. Der ist ja auch kein Team Rocket Outfit. Scheiße, stimmt, ey. Daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist so unmöglich, dass er nicht glaubt. Ja, kommt geil bestimmt. Fähigkeit Nummer. Out of range. Oder das. Ja. 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 Piccolo kommt doch vor. Oberteufel Piccolo. Das ist voll krank. Das ist ja eigentlich. Ja. Hä? Meinen's nicht davor? Nein. Erst kommt Oberteufel Piccolo. Ach so. Und der kotzt später dann an den Piccolo raus. Ja genau. Und seine Stimme war er früher so episch. Der kotzt noch so einiges. Oh ja. Das macht er. Ja. Ja. Diese Stimme. Die war ja das schon. Oh, ich dachte ich mir. Ich möchte gerne böse Stimme. Der nicht mal so über 15 Minuten so. Noch den Baby und so. Ich mag böse. Hammer geil. Das war geil. Das war geil. Das war geil. Jeff, du bist so slow. Hey, Colin. Ich hab das böse. Hey, was das böse? Ich glaub das konnte man so gar nie. Ja, das war nicht so Safe. Irgendwie geht das nicht. Naja, du konntest auf jeden Fall eben nach links schieben oder nach oben gehen. Und dann später wieder zurück und zack, bam. Ja, das geht aber an die Items kommt man nicht an. Ja, später, wenn du wieder zurück gehst. Wie ist das? Keine Ahnung. Geil. Keine Ahnung ob ich hier richtig bin. Alter Mann, ich hasse diese Steinröze. Hab ich das schon mal erwähnt. Sonderbombock? Geiler Stein. Geiler Stein. Geil. 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 Hethap. Da sieht man aus als würde irgendwie.... Hey Neulang Tu, solltest diesen Typen besser aufhalten? Er hat zwar keine Ahnung was für Pokemon wir hier suchen. Aber er könnte doch gefängnis werden. Nicht dass也是 Buchstaben Pokemon vor uns wendet. Bestanden sofort schnell. Ja jetzt. Alles klar hinterher. Attacke. Acht, f Clyde. Nice. Krieg! Hmmmm. Krieg! Dann. Okay. Hmmmm. Hat geklappt. Hmmmm. Oh, und dann. Oh, noch das. Dann, dann, dann. Get off of you now. Ja. Oh, steine. Wie sie... Wie mächtig ist sie hier eigentlich? Oha, oha, mächtig grad! Oha. Toll. Mann! Ich kann nicht mehr. Diese Treppen sind einfach viel zu viel für mich. Daher hast du nichts auf? Nein! Ich mache nur einen Kopf. Trotzdem werde ich das rare, das vor euch finden. Oh, das ist so ein Glück, dass ich gar nicht beim Team Schockert. Ich hab's noch nicht gemacht. 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 Na dann, lass uns Team Schockert doch gemeinsam aufhalten. Na dann, lass uns los. Oh, ich dachte schon echt, der Liege bleibt da liegen, ey. Aber die Friede ist echt mächtig. Ich meine, er ist über die Steine rübergelaufen oder er hat sie weggeschoben und dann wieder zurückgezogen. Ja. Ne, ne, da ist doch immer irgendjemand, der die wieder zurückzieht. Oh. Mein. Gott. Was ist das? Moment, hab ich diese Schwuchterstimme bekommen. Von mir. Achso. Los. Irgendjemand vor mir. Los, los geht's. Das ist eine Frau. Ja, also, ich bin mir. Oh, guck mal. Jetzt kommt der erste Kontrolle. Bitte. Ihr wolltet gar kein pinkes Karabauchen-Steinchen von uns? Warte. Wer jetzt schon wieder drauf? Ja. Ja, scheiße. Was? Nein. Was wird mir da... Was wird mir da... Was wird mir da... Was wird mir da vorhin? Dieses Pokémon ist viel mächtiger. Haha. Wir haben es geschafft, aber wegen so einer... Blöden Trier. Und es ist... Unserkommen. Doch nun wird es wieder ausgehauen. Nicht, wenn ich euch daran hindere. Haha. Sieht aus, als wäre Sowern nur unterzahlt. Die Verstärkung ist bereits gekommen. Äh. Was? Nein. Ich glaube nicht zurück zu. Wuhu. Was? Ein Feiter. Wo, was, was? Wah. Was? Was war es Missingnum gerade? Was? Sollte man Missingnum synchronisieren? 357 1. Wow. Oh. No, no, no. Missingnum? Das ist fackin geil. Oh nein! Oh nein, der ist so perfekt an seine Umgebung zu geschehen. Deine Ahnung, wer wer gerade ist? Bald ist alles nur noch Datenmüll. Was haben wir denn nur getan? Oh... Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Könnte das den Buch noch aufhalten? ich glaube, das bist du ja, okay. Ich weiß nicht, diese Pokémon ist mir hier um uns aufhalten zu werden. Das müsste schon Gott sein, um gegen das Pusha Pokémon zu kommen. Jetzt müssen wir einen Capodon holen. Ich habe das mit einer Idee. Mal schauen, Capodon oder Arceus? Das steht hier drüber. Das ist geil, ey. Das ist echt voll... immer. Genial, ey. Sexy aus, ey. Das ist noch so ein Retro-Style, das Ganze, ey. Das sieht richtig cool aus. Wow! Okay! Oh Gott, das ist gar nicht creepy, ey. Ganz ehrlich, das ist gerade von Pokémon. Wir müssen voll aufpassen. Das ist Missing-Nummer, ein Missing-Nummer macht jetzt Schwierigkeiten. Ja, aber guck mal, siehst du, ja. Aber es ist ein Blitz-Effekt. Ich habe noch keine Items für uns gekloten. Ah, das wäre wurscht. Guck mal in den Beutel! Alles so in diesen komischen Zeichen. Guck mal in den Beutel! Sonderbom-Bom, oh cool! Mach mal Sonderbom-Bom auf sechster Stelle. Los! Select? Vielleicht kommt das ja noch später. Das ist später. Eigentlich wusste ich nur die Sonderbom-Bom-Clon. Ja, das meine Gewand! Soll man unterstanden, die Sonderbom-Bom-Clon? Oh, ja. Da waren sie einfach so gefreut. Ich hab da auch einfach mal ein Luggets gekluckt, weil ich endlos Geld haben wollte. Ich muss mir laufgefahren, dass ich das gar nicht brauche. Ich hab einfach mal die Sondermormons vercheckt. Ich hab den Kite-Zoom und so vercheckt. Das war immer das teuerste. Das hab ich auch über die Klos und hab dann mal die Klos vercheckt. Ich hab eins und hab dann die Klos vercheckt. Was hast du für ein Klos? Meisterbälle. Nur im ersten Run hatte ich keine Meisterbälle mehr, weil ich mein Meisterball war. Nee, vielleicht nur war ich. Achso stimmt. Ich hab den Meister, weil ich hab meine Schwester verwahrt. Bei mir war es Lavados. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das war auch volles Ultrafleckenmord. Schal. Ich glaub, ich hab den ersten, den ich bewusst geworfen hab, der war, glaub ich, gegen Zahn. Kann es sein, dass ich hier nicht rauskomme? Nein, nein, nein. Na, wohnt? Na, wohnt? Komm, Mann, nur noch Muffler. Tja. Was willst du tun? Steinklar. Was? Na. Hast du denn schon so Muffler? Doch, aber... Warum nehm ich den eigentlich nicht? Doch, aber warum nehm ich den eigentlich nicht? Ja, aber warum nehm ich den nicht? Au. Leute, ich freue. Du hast es nur vergessen, Steffen. Nee, nee. Ich hab dran gedacht. Ja, warum musst du dich dran erinnern? Hm. Ich wollte dir auch mal einen Erfolgsmoment geben. Ja, ich hab permanenter Erfolgsmoment. Jetzt legst du das Erfolgsmoment. Ja. Ich kann sie evitieren. Ja, das... Hey. Ja. Das ist das volle Eylai. Das ist... Das ist... Das kann ich hier. Ja, aber jetzt noch ein Item. Zollerbocker? Nee, noch einen Top-Shot. Toll den... Die wirst du, was wir wollen? Ja. Ja. Zollerbocker an 6. Stelle. Ahn. Wolltest du, was du schweifst? Ja. Ja. Warte. Warte. Du, 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 du... Schlecht Schaumvormott. Toll. Toll. Nee. Wieder anfällig. Wir holen Schaumvormott mit. Toll. Hey. Schlecht. Was? Warum? Wen hat sich selbst geschlagen, alles klar. Warum? Ähm. Wusch. 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 Wahrscheinlich sind sie jetzt noch mehr geworden. Ja. Was ist mächtiger? Chaos oder Mysticino? Cavador. Oh man, das war... Das war... Das war ganz... Das war ganz mit der Auswahl heute. Cavador gewinnt ja auch gegen Arceus. Ja. Aber Scar war nicht mit... Mit der Auswahl. Deswegen... Du hast nicht immer diesen mysteriösen Dritten, der nicht genannt wird? Nein. Nicht bei mir. Das ist halt sie. Soll schon aufgefallen, dass er Steine getötet hat und nicht mehr ist. Er ist ja auch tot. Ja, aber normalerweise... Das ist total brutal. Das wird ja nicht für Kinder sein. Ja, andere Steine töten wir ja auch nicht. Nee, die verstanden genommen. Die... Ähm. Dann hast du schon mal einen Stein in den Zettrubbern hast neu gesehen? Ja, wenn ich aus der Wut da draußen wäre... Ich war jetzt als Stein in den Zettrubbern. Ich hab ja noch nie einen Stein in den Zettrubbern gehabt. Wer so groß war. Wer so groß war. Der Nein sagt. Du bist nicht Gauder das Wut? Also sagt er... Nein, du sprichst dir an! Wichtig! Hö, okay! Komm! Du bist so ein Mako oder Gletsch oder Lieros oder sowas. Fähig. Was uns ausschneiden will. Komm und dich mal um! Ja, ich bin Gott! Ich kann nicht gelöscht werden! Du bist so hoch. Will ich dir die gesamte Welt verläuchten. Hu, hu. Ha, yeah. Wenn ihr so ein Pokémon erschärfen ist ihr auch die vollen Ausbahnen! Woher ich will sie empfangen denn durch? Wo ist denn meinen Film beharigen? Hah, siehst doch mal, hu. Hu. Nein, alles klar, geht es so einfach. Nicht in diesem Spiel. Es ist es nicht von Gamefreak oder Nintendo. Hier kann man uns Gott nicht so einfach versklaven. Pass auf! Wie kennt ihr denn den Geschmack? Dann bin ich in der Gesellte-Karmotive-Karm 돼komm? Hart. Hart voll gedroht. Ja also wir ins Cabrador einfach fangen Ab dem Cabrador fangen und den Meister mal raufwerfen Ich meine, wo kriegt man ein Cabrador her? Oder müssen wir den nochmal anfangen? Vielleicht müssen wir so random den Cabrador-Francourt mal finden Ja ey, da steckt sich der irgendwo Hat der so eine Angel oder so? Hat der Cabrador irgendwie vielleicht in der Box? Irgendwann bei random in der Lage? Ja, das ist ja echt ein Sprengermaster Aber wer weiß das? Wuuu Naja ok Ein Moronation Cabrador Vielleicht wenn wir rausgehen kommt dieser unnötige Cat Wie geht noch mal Fluxkleide besorgen? Ah ja Ich glaube es ist zu kaufen Fluxkleide Fluxkleide Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß alles Oh I know every Ah Ja Wusch 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 Wuuu Every a 50 bucks Das ist das Spur Oh my Oh Oh Das ist stressvoll Ja Wusch 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 Kannst du einmal in den alten Namen gehen und gleich nach Wusch Vielleicht kann man da ja was kaufen Wusch 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 Gewing Mw Diese auch ein Gott Wie kann man ja nicht einfach so Wusch Wchet Wchet oui Wchet die ganze Zeit vorhelfen. Und da Herr Heide? Ja, dann lass mal da wieder hingehen. Ah. Dann holen wir einfach den Kopf mit Samtskappador. Wenn der da noch ist, klar. Ja, der wurde jetzt wieder abgehauen. Ja, aber wohin? Ich glaube, er hat nichts Besonderes gesagt. Ja, dann lass die Stadt probieren. So. Sehen wir nach Smitty. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, wie... Ja. Windows-Einrast-Funktion. Tja. Windows. Das ist dann, als würdest du die andere Taste drücken, die da drüber ist, weißt du, wo dann dauerhaft Kurschreiben aktiv ist. Was im Schein? Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja auch nicht. 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 Also... Karpador wird sich vernichten. Oh, mags einfach auch Karpador? Ja, natürlich. Ja, das ist ja auch nützliche Pokémon. ich mag da ein schluck hier aber du musst versprechen ist nicht zu entwickeln dieser steckst du das körper in deinem beutel das ist auch nix im typen besuchen sehr schön mit dem körper, darum beuteln, falls wir dann wirklich trainieren das ist natürlich ein big fail guck mal im beutel nach, ich hab mir wirklich einen körper oder einen beutel das ist echt special dann der nutzlose Götterschlechter gibt es in Gold oder Rot ok, geil und den Blau und Silber gibt es nicht oder wie? ne, anstatt nicht und den Gelber auch nicht ne, den Blau und Silber? ja, dafür nur bei der Edition ne, bei der Edition ach so, ah naja, es gibt ja so ne Farben Rot und Gold ja ach so, ne, hä ach so, meinen sie nur bei der shiny Version ja, genau mit der shiny, ist gut ach so verdammt ich dachte gerade, sie werden einfach auch genau von der Edition ja, das hab ich auch gestoppt haha, wie geil ich wusste das von Anfang an Steffen, du wusstest das nicht von Anfang an genau, wusste nicht ach nee hast du niemals ein rotes Garoders gefangen? ne, ich meine nicht das, aber das ist nochmal ein gold in die Kappe rum naja immer noch rot ey gleich sind wir nie wieder hm uuuh, ich muss doch da mal los, nur noch rein na, nicht schon wieder uuuh 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 ey du, lass meinen Kumpel in Ruhe sonst mach ich die Säulen wieder kälter das ist mir war nicht egal, ich muss da an den Boden uuuh ach so, uuuh ach so, war doch auf die Box transferiert na, danke, und mit wem soll ich jetzt pokern? na, du, wir müssen auch mal raus, hast du mitgestellt da gewinnst du gestesbt na, danke uuhuuhh haak kam da uuuh ey geh nochmal zu um, ob sie jetzt pokern ist, poll oder hat sie mal gehot und wir verlieren joh, kidneys oh, schade na, gönle mal ab geh ne dann, geh mal ab geh hoch erfuh 감 in da Box Québec miss egal... ja, ne nochmal zurück Wir haben uns in den mächtigen Köttern schlecht erwischt. Oh man, das ist echt geil, ey. Außerdem, ich frag mich gerade, er hat ja gesagt, warum tut er das Karpador in den Beutel? Ja, ich mein, wo hält sie denn ganz andere Pokébälle? Ja, ja. Aber sie hat das Karpador in den Beutel. Nee, Gürtel. Hat sie überhaupt einen Gürtel? Ja, ja dann. Halt jetzt den Abend über diese Gürtel, und dann sind die Bälle ganz klein, und dann werden sie erstmal ganz riesig, und dann ist dann ein Bumper. Das ist die lange Siegelstraße. Siegelstraße. Siegelstraße, ach du Scheiße. Siegmundfreund. Oh, den gibts auch. Das war auch so ein Seelenschlechter. Siegmundfreund? Ja. Ah, ja. Seelenschlechter. Was gibt's denn? Ja? Ach ja. E-Temmo. E-Temmo. Gürtgütt. Also so zeitlos, ey. Der gute Gürtel. Oh, nett. Sogar ein Shiny. Glaub ich. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ah, nee. Das ist mit der Tafel, die er, glaube ich, rausgibt. Ja, das hat er mit dem Tafel. Ich hab Pflanzenbogen gemacht, oder was? Ich glaub, Kiefer war das so. Okay, nein. Ich kann's ja noch mal gucken. Ja, ja. Will ich auch machen. Wow. Glauben wir 40, nur? Das ist unser stärkstes. Typ Fragezeichen. Dann ist er wahrscheinlich die Fragezeichen-Knappel. Alles 111. Genesung, Urteilskraft, Heilung und Kosmikkraft. Ich weiß nicht genau, was das war. Kosmikkraft war, glaub ich, Gestein, ne? Äh. Äh. Kosmikkraft sah auf jeden Fall bei anderen, sieht ziemlich geil aus, als das eingesetzt wurde. Kosmikkraft ist Psyche. Mach mal Kosmikkraft, weil das ist ja vom Design oder der. Öh, sowieso nur Verteil aus. Das ist eine Verteidigung. Oh. Geil, das heißt, es kann Urteilskraft einsetzen als andere. Antikraft? Ja, Antikraft, ja. Urteilskraft. Oh. Naja, aber das ist ekelhaft. So. Urteilskraft. Was? Urteilskraft. Ja. 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 So will wieder aufbauen. Kann ja auch nur Akkus werden. Ja. 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 Ich weiß ja nicht mehr selber was da. Das ganze. Aber halt. Wollte der andere das hin? Tauschen. Wollte der das hin? Tauschen. Und der? Tauschen. Und war da tauschen? Ne. Das ist so ein endloser Kreis. Die ganze Zeit. Tobi. Tobi. Tauschen. Wo ist denn wirklich herkommt? Das weiß du nie. Ja. Alle müssen uns erfahren. Das sind gerade Optionen, ihr speichern mal, speichern mal, das stimmt hab ich schon lange und weiter machen, da wären wir noch viel Zeit. Missingo können wir auf jeden Fall, doch, deswegen ja, gucken wir Missingo, ja man, warum musst du mal sowas sagen, das ist eigentlich schon wieder immer sowas nach, du denkst immer noch sowas nach, hm, Missingo? Nee, bitte, shhhh, Rune 34, Missingo. Das sieht bestimmt so echt sexy aus, ich glaub konnte so gut losgehen. Steffen zu seiner Bombo, komm, zu seiner Bombo. Für den großen Kampf, ich geh nach Hause. Ich glaub, ich hab's verkeilt, irgendwie, ne? Du hast den herrlichen Penis geschaffen, dann nicht. Geht so. Und ein bisschen dicklich und klein rum, aber die Eier sind schon protzig. Irgendwie hab ich schon wieder verkackt, was soll das? Jetzt, ja. Was machst du denn da? Pia hat gesagt nicht, du würdest das selber nicht hinkriegen. Ich würd's aber absichtlich verkacken ein paar Mal. Hätt ich jetzt auch gesagt. So wie du absichtlich die Normen verkackst hast. Ja, genau. Und jetzt, das ist ein umgedrehter Schwanz, sieht auch nicht schlecht aus. So. Ja, wieso? Aus der Perspektive, wie wir ja richtig kommen. Ah, hängelnd, klar. Dann geht's schnell, ne? Ja, ganz schlaff. Ah, ist gut. Mal sehen, Missingo-Banko. Nix. Tollem. Ja, und jetzt geht's los. Ich bin ja mal gespannt. Wow! Wow, okay. Locker. Na? Ein wildes Missing nur erscheint. Level 40. Oha, ausführlich. Ne, kam. Na, Topkick? Himmelsfeger? Himmelsfeger hat es noch gekippt. Ja, Topkick hat es aber auch manchmal eingesetzt. Und wer weiß ich noch nicht. Zwei Tanks auf jeden Fall. Ah, Himmelsfeger. Ha, der macht die Scheiße. Ähm, ja. Yeah. Das war auch mal ein Atem. Ja, alles super. Wie sieht's mit Toton aus? Kann der da irgendwie mitmachen? Scheiße, ne? Ja. Das war ein Tomado. Keine Wirkung. Okay, kann man. Oha, Topp Genesung, halt los. Wie. Irgendwie Beleder. Ah, Topp Beleder, das war auch. Äh, das ist ja nicht Sinn. Ein Wildsfeger war noch mächtig. Ähm, Genesung füllt wieder auf. Scheiße. Hättest wahrscheinlich einfach Cosmik-Kraft machen müssen. Ja. Aber muss einmal, äh, dennenster. Magmohr-Floon kein, zwei Karten oder Aufwand für Beleber und Topp Genesung. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Go, Opf Flamander! Und dann magmohr-Floon gleich, der hat mich jetzt die ganze Zeit zu aufgeregt, weil... Oh, wir waren auch nicht. Oh, wir waren auch nicht mehr zurück. Oh, wir waren schon wieder. Ja, okay. 600! WTF? Ja, Level 50 gegen Level 40. Ok. So, Achaos-Tausch und dann erstmal... Cosplay? Cosplay? Cosplay-Themen? Und nochmal heilen. Ne, ich glaube, wenn die Besuchung ist. Ja, mit Atem. Erstmal Grimonder. Ok. Ich will nochmal... Cosmik-Kraft? Ja. Stack das? Weißt du gar nicht? Ja, das ist bis zu 6x. Echt? Nicht schlecht. Aber man kann es nicht bis zu 6x nutzen. Auf jeden Fall kann man den Schwertanz 3x machen. Genau. Und das ist ja einfach 5x. Oh mein Gott! Stärken wär's für Schatz. Oh, ein Super-Tausch. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann jetzt mal aufbauen. Oh mein Gott, ich kann jetzt aufbauen. Oh. Ha. Ha. Wir füllen. Wir füllen. Wir füllen. Wir füllen. Das ist jetzt. Oh, 2000 ist vielleicht. Aber wir füllen. Heute verdrungen. Die Löschung hat gestoppt, scheiße, als hätte Arceus uns gerettet. Das ist Colin. Und ich bin immer oben bei Tracks. Ja Colin, du bist immer noch. Die Löschung hat gestoppt, scheiße, als hätte Arceus uns gerettet. Ja, und ihr habt uns alle fast ausradiert. Diese Tränen mit roder Kleidung hat das Buchstaben-Pokos zu früh gefreut. Wir konnten das Pokémon feststellen. Sie ist schuld! Oh Gott, wir werden doch nicht das, wir sollten doch ein Buch uns verschaffen. Oh Gott, schiss. Hm. Was? Vermutlich. Hast du recht. Das war das Ende gerade, oder? Ich denke, wir werden uns neu orientieren, weil wir planen uns noch. Wir mussten zum Beispiel... Vielleicht für einigen werden wir uns mit Team Rocket und inzwischen oben. H-D-F! Sofern das jetzt nicht, aber es ist schon auf dem Pokémon gelten. Okay. Oh, das ist okay. Geht oben mit Züchten. Und Schiss. Okay. Warum laust du mal? Scheint, als hätte ich hier auch nicht mehr gebraucht. Da habe ich wohl eine reife Leistung verbracht. Aber ich muss gar nichts gemacht. Ach ja, meinst du? Das meinst du. Ach so, ach ja? Das meinst du doch jetzt. Das wird nicht mehr. Oh Gott. Das ist das. Ja, ich kann selbst. Ah, aber dann lass doch mal. Ich will hier noch raus, zumindest. Steffen wir raus. Diesem Drecksloch. Und Schutze aktivieren. Oh, der will ja auch ein Schutze. Oh, Mann, Alter. So, Schutze. Niemand will dann wie einer. Was ist mit dir? Indigo-Klatt hoch. Oh, okay. Das ist natürlich zufällig. Ja, okay. Das ist schon so unnötig. Ja, und Funke, ich wusste es doch. Du bist von dem alten Mann da vorne geschützt. Ah, und auf der anderen Seite Pokémon Center. Ah, da freue ich mich jetzt schon. Wahrscheinlich, dann gehe ich mal ins Pokémon Center und spreche mit dem alten Mann. Es ist lange her, dass es jemand bis zum Indigo-Plateau geschafft hat. Ist der Weg hierher so schwer oder haben die schon wieder einen neuen Kontrolleur angestellt? Ja, haben sie. So, und jetzt spreche ich ab und beende die Folge. Oh, nee, ist mal kommt die Bestrafung, weil derjenige wieder an den Händen ist gewöhnt. Ja, genau. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich. Hörst du schon. Bis zum nächsten Mal. Tüdelüsen.